Das neue Busangebot. Direkter, öfter und emissionsfrei. Mit der NaSH-App auf deinem Smartphone hast du deine persönliche Fahrplanauskunft immer dabei. So funktioniert das neue Busangebot. Alle Verbindungen und Haltestellen werden dir dort angezeigt. Mit der Standortaktivierung bekommst du Auskünfte in deinem unmittelbaren Umkreis. Plane deine Routen nach deinen Bedürfnissen. Tickets kannst du entweder direkt in der App, über die NaSH-Website oder beim Einstieg in den Bus kaufen. Verschiedene Tarife stehen dir zur Verfügung. Du entscheidest, welche am besten zu deinem Alltag passt. Mit dem Deutschland-Ticket fährst du sogar ohne Aufpreis. SMILE24 ergänzt das bestehende ÖPNV-Angebot durch elektrifizierte Fahrzeuge. Von morgens früh bis abends spät. Zweimal pro Stunde. Elektrifizierte Expressbusse, in denen du auch dein Fahrrad mitnehmen kannst, fahren zwischen Kappeln, Schleswig und Eckernförde. So erreichen wir die Zentren noch schneller. Während der Urlaubssaison kommen weitere Tourismuslinien zum Einsatz. Kombiniere unser Mobilitätsangebot nach deinem Bedarf. Nahtlos, emissionsfrei und günstig kommst du so von einem Ort zum anderen. Unser Angebot bringt dich an dein Ziel und sorgt für ein lückenloses Beförderungsnetz. SMILE24 – immer, überall, flexibel.